Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt nochmal aus dem Schneideraum hier quasi. Genau, ich hatte ja gestern gesagt, dass es in Zukunft eine Liebeschip-App geben wird. Aber das scheint unter ein oder andere falsch verstanden zu haben, dass ich hier eine neue, dass ich hier eine Dating-App ausbringe. Gottes Willen, bloß nicht. Das Thema ist für mich völlig gestorben. Ne, es geht tatsächlich darum, ich weiß, das war ich vielleicht ein bisschen verwirrend, weil natürlich diese mobile Liebeschip-Seite auch so hervorragend funktioniert. Aber das wäre dann halt eine native App aus dem App Store, wo es einfach noch mehr Möglichkeiten gibt. Aber es wären die Liebeschip-Kurse und vielleicht wären auch noch andere Sachen, extra Sachen da integriert. Das muss man ja alles mal sehen, welche Möglichkeiten es da so gibt. Also ich finde es mega, vielleicht macht es für euch gar nicht so einen großen Unterschied. Aber ich glaube, dass das so komfortmäßig und, wie soll ich mal sagen, kundendienstmäßig und viele. Also es super viele Vorteile bringt, aber keine Dating-App. Das war es mit Dating-Apps. Okay. Ja, hallo ihr Lieben. Christian Schumacher, Partner-Proaktions-Coach, Diploms-Biologe und so weiter und so fort. Ich habe ja gestern schon gesagt, wir haben eine Mini-Aktion gerade. Jetzt bis Dienstagabend noch. Modul 1 und 2 aus Unprogrammungs-Liebeschips, mein Basiskurs und die super spannende Erweiterung dazu, wo ganz viele tolle Sachen drin sind. Modul 2 gibt es 23% billiger mit dem Code Sommer23. Und jetzt kommen wir zu einer super coolen Minus-Pol-E-Mail, die wirklich sehr lustig ist, von Andronowitsch. Also jemand, der sich so ab mehr auf dem Bindungsvermeidenden-Pol sieht, erschreibt. Moin Hemschi, ich heiße Andreschowitsch, steht hier, bin männlich mit 50 und betreibe eine Kanarien-Vogelfarm in der äußeren Mongolei. Nachdem ich täglich die crazy Storys durchsuchte, die hier zugeschickt werden, wollte ich mich auch mal bei dir melden. Da die meisten Videos aus der Perspektive eines Plus-Polos geschrieben werden, dachte ich, dass die Perspektive von der dunklen Seite der Macht auch mal interessant wäre. Ich bin ein extremer Minus-Pol, der seit Jahrzehnten jede Beziehung nach der berühmten 200 Tagen verlässt. Therapie und Steffi Stahl haben mir da schon sehr geholfen, aber deine Videos waren der Game Changer. Was soll ich sagen? Was gut ist, ist halt gut, ne? Ich denke, das liegt an deiner strengen, aber auch witzigen Art, wie deinem pragmatischen Ansatz, nicht zu viel zu analysieren, sondern knallhart Standards und D-Racker anzuwenden, sowie auf Worte zu scheißen und nur Taten zu akzeptieren. Somit bin ich auch mit meinem eigenen Bullshit konfrontiert und herausgefordert, für mich selbst mal zu definieren, was ich eigentlich will. Mein generelles Problem ist, dass, sobald es irgendwie verbindlicher wird, bei mir eine körperliche Panik einsetzt. Alle Gefühle sind weg und ich will nur noch raus aus der sich anbahnden Beziehung. Diese Panik habe ich mir immer damit erklärt, dass ich wohl noch nicht die richtige gefunden habe, aber daran liegt es garantiert nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Dank deiner Videos weiß ich nun, dass es eher um meinen Zwang geht, erlernte toxische Beziehungsmuster nachzuspielen, um Liebe zu kämpfen, aber nie wirklich sicher zu bekommen. Ja, und man darf auch nicht immer, also ich persönlich kann mich mittlerweile super in Minuspole reinversetzen. Also plus wie auch Minuspole, man führt gemeinsam so einen verrückten Tanz auf, wo beide ihre Rolle spielen so. Und es funktioniert auch nur, wenn einer seine Rolle nicht spielt, dann funktioniert das auch nicht mehr. Also man braucht schon beide. Und viele kennen ja auch beide Seiten, dass wenn sie andere Menschen daten, dass sie dann ins Minus rutschen. Von daher, ja, danke auf jeden Fall, dass du schreibst. Ich freue mich da auch immer drüber, weil, ich meine, klar, es gibt jetzt so super gemeinene Menschen, die einen einfach nur fertig machen wollen. Aber ja, eigentlich haben beide irgendwie ähnliche Probleme, nur eine andere Ausprägung so. Natürlich fand ich immer die Frauen am tollsten, die noch bindungsängstiger waren als ich selber. Da konnte ich so richtig mein Herz öffnen. Nun weiß ich, dass es nicht um die Frau ging, sondern um das Dopamin, also dieses, dass man da oben Action im Gehirn auslöst und die dadurch resultierende Liebessucht. Ich muss wirklich sagen, ein unerwartetes Lebenszeichen einer unerreichbaren Verführerin kickt unglaublich. Schüttelfrotz, Herzklopfen, a rush to the head. Ja, das ist die Droge. Und also erfahrene Menschen, die auch andere Drogen kennen, sagen, es ist alles das Gleiche. Vor allen Dingen scheint es da ähnlich zu sein mit aufputschenden Drogen. Also ja, es wird halt im Gehirn dieses Spaßzentrum aktiviert. Und das hat mit Liebe erst mal gar nichts zu tun. Also eher mit, ja, dass die Natur will, Rammel, 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 ne? Kindchen, Kindchen, Kindchen produzieren. Und es hat mit Liebe erst mal gar nichts zu tun. Also eher mit, ja, Lust, Leidenschaft. Aber nicht nur, sondern auch irgendwie diese Lust da dran, etwas nicht zu bekommen. Diese dunkle Lust daran, immer wieder kämpfen zu müssen. Aber das eigentlich so positiv formuliert war, häufig ist es einfach nur ein Nachspielen der Kindheit. Kindheit, beziehungsweise, da kommst du glaube ich auch noch zu, es gibt halt manche Menschen, die sowieso immer versuchen, mehr Action da oben im Gehirn anzustoßen. Ich habe ja ein bisschen die Leute, die so Richtung ADS-mäßig unterwegs sind, als so einen Blick. Aber da wüsste ich nicht, dass es da Forschung so gibt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie besonders anfällig für sowas sind, weil da sowieso ein bisschen Dopamin fehlt da oben. Dagegen können normale Beziehungen einfach nicht anstecken. Ich bin ein süchtiger und stärkere Minuspole sind mein Spielautomat. Dann sehe ich mich eigentlich als ein Good Guy, der habe ich allen Frauen brav gesagt, dass ich Kinder und eine feste, gute Beziehung will. Was du in dem Moment bestimmt auch gedacht hast, ne? Was eigentlich auch stimmt. Nur, ich bin nur noch nicht fähig, auf das ganze fehlende Drama zu verzichten. Natürlich war dann der Schmerz umso größer, als ich dann nach den 200 Tagen weg war. Ja, vielleicht musst du auch mal die Erfahrung machen, dass du abgeschossen wirst, falls es noch nicht vorgekommen sein sollte. Als ich anfing, auch meine Ängste zu erwähnen, wurde diese von den Frauen nicht ernst genommen. Also auf jeden Fall hast du auch hier ein spezielles Beuteschema, ne? Sie dachten, sie könnten meine Ängste auflösen. Doch jeder schöne Moment, jedes Verständnis, jede Umarmung machte die gefühlte Falle immer größer und damit auch noch panischer. Das ist genau mein Reden. Also wenn dir jemand so mit bindungsängstlichen Sachen kommt, natürlich kann man das verstehen, aber das ist, glaube ich, falsch, sich dem immer mehr zuzuwenden, weil es dann immer mehr Bindungsangst. Was ich ja immer sage, wenn jemand sich distanziert, dann distanzierst du dich doppelt so viel, ne? Einfach damit er es auch lernt, wie sich das anfühlt und aber nicht mit noch mehr Kuscheln, noch mehr Verständnis. Das ist komplett, das löst genau das Gegenteil aus. Das sieht man ja sehr gut, ne? Klar hat das alles bei mir mit Selbstliebe zu tun, Kindheitstrauma und dem Gefühl, dass ich nur das Selbst sein kann, wenn ich nicht in der gefühlt bleibschwährenden Verpflichtung einer Beziehung bin. Hinzu kommt, ja, wir haben erst hier eine ADS-Diagnose, die meine Dopaminsucht noch unterstreicht. Mal ganz ehrlich, ein Minuspol zu sein, fühlt sich auch nicht geil an. Das wird häufig vergessen, dass ich ein Minus, also die Pluspole leiden natürlich auch schrecklich, aber ein Minus fühlt sich auch auf eine andere Art, auf die Dauer. Schrecklich an, wirklich. Immer wieder macht man neue Anläufe, scheitern wieder. Ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger schlimm ist, ist aber auch schlimm, ja. Aber ich habe deswegen, weil das bei so vielen Themen ist, extra drei Bindungsangstkurse, vier, sechs und neun, die Module. Ich bin einfach unglaublich froh, deine Kurse gefunden zu haben, weil sie mir die Augen geöffnet haben. Ja, ich mache übrigens auch die fucking Kurse. Ich habe verstanden, dass ich nur aus diesem Kreislauf herauskomme, wenn ich meine eigenen inneren leeren Eimer auffülle und es lerne, mich in einer Beziehung auf Augenhöhe zu behaupten. Das Universum schickt mir zu all diesen Themen gerade gute Herausforderungen und ich fühle mich nach meiner Arbeit an mir und auch den Medikamenten, die ich bekomme und stark genug diese Herausforderungen anzudehben. Drückt mir die Daumen, dass ich bald diesen Scheiß hinter mir lassen kann. Abschließend noch ein paar Tipps zum Umgang mit Minuspolen. Glaub dem Minuspol, dass er ein Minuspol ist, wenn er die Karten auf den Tisch legt. Denkt nicht, dass ihr ihn ändern könnt. Das kann nur er oder sie selber. Zweitens, datet ein Minuspol nur, wenn ihr noch tiefer ans Minus gehen könnt. Das ist der einzige Weg, ein Minuspol irgendwie zu bünden. Das sind knallharte Tipps von der Straße, sage ich mal so. Es ist also im besten Falle eine sehr lockere Freundschaft plus und die macht liebesüchtig. Ja gut, wobei ich immer sagen sollte, man sollte das nicht spielen. Aber ich verstehe die Dynamik, wie er das meint. Verstehe ich total. Drittens, auch Minuspol haben Bock auf Sex und Kuscheln. Wir wissen natürlich, dass es nicht sexy ist, gleich mit der Wahrheit ins Haus zu fallen. Vielleicht unfair, aber wir haben die Welt auch nicht gemacht. Erfahrene Minuspoler können super daten. Viertens, Minuspoler leiden auch. Trotzdem bringen Mitgefühl und es langsam angehen zu lassen, gar nichts. Das, was ich auch immer genau sage. Standards und Dealbreaker, lieber mal eine harte Grenze setzen. Ich schreibe es dir jetzt sogar auch. Lieber harte Standards setzen und diese durchziehen. Das hilft beiden Papinen am besten. Fünftens, Liebesbekunde und Geschenke von Minuspolen sind der verzweifelte Versuch, doch das Richtige zu tun, um klar zu kommen. Das ist so knallhart, ehrlich, ich liebe das. Sie wollen den Partner nicht bewusst quälen. Sie wollen aber auch nicht den Partner wirklich binden, weil ihnen das Angst macht. Und dann alle Minuspole, hört auf, euch was in die Tasche zu lügen. Seid ehrlich zu euch und den Menschen, die ihr anzieht. Wenn ihr wisst, dass euch Nähl fertig macht, dann sagt das klar und versucht es nicht mit Love-Bombing und Future-Faking zu kompensieren. Macht die fucking Kurse, löst eure Traumata und versucht trotzdem in die Selbstliebe zu kommen und euch nicht fertig zu machen. Das macht alles nur noch schlimmer. In diesem Sinne, der Bruder, der Mutter des dritten Konserns des mongolischen Außenministers ruft gerade an. Ich muss los. Viele Grüße von Minuspol Andrzejowicz. Liebe die Mail, vielen Dank dafür. Also hört drauf und macht die fucking Kurse und wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020